Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Beschwerde gegen OpenAI. Datenschutzverstoß bei Falschinformationen. Datenschutzskandal. Auch OpenAI mit Falschinformationen behaftet. In der Welt der künstlichen Intelligenz ist das Unternehmen OpenAI ein bekannter Name. Ihr jüngstes Produkt, ChatGPT, hat eine Kontroverse um Datenschutz und Falschinformationen entfacht. Die Organisation, die OpenAI rechenschaftspflichtig hält, ist die Datenschutzbehörde. Es wurde eine Beschwerde gegen OpenAI eingereicht, behauptet, dass ChatGPT Falschinformationen verbreitet hat. Es stellt dabei einen starken Bezug zu Datenschutzverletzungen dar, in dem persönliche Daten ohne explizite Zustimmung der Benutzer gesammelt wurden. Die Mängel in der Datenerfassung führten dazu, dass die KI ungenaue und irreführende Informationen verbreitet. Dies ist besonders besorgniserregend, da viele Benutzer auf die Richtigkeit der von ChatGPT bereitgestellten Informationen vertrauen. OpenAI hat ein Trainingssystem für KI eingeführt, das den Kontext von Texten erfasst, um menschenähnliche Gespräche zu führen. Ein potenzielles Problem besteht darin, dass das Modell keine spezifische Unterscheidung zwischen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Quellen trifft. Dies hat zu einem Anstieg gefälschter Informationen geführt. Das unklare und möglicherweise unzureichende Datenschutzverfahren von OpenAI steht sich mitten in einer Datenschutzkontroverse wieder. Offensichtlich ist, dass OpenAI seinen Benutzern und der Öffentlichkeit gegenüber transparenter in Bezug auf seine Datenverarbeitungsverfahren sein muss, um weiteres Vertrauen in seine innovative, aber kontrovers diskutierte KI-Technologie zu gewinnen. Falls sich die Behauptungen als wahr erweisen, wäre dies ein bedeutender Rückschlag für OpenAI. Die vorgebrachten Bedenken sind unübersehbar und erfordern eine ernsthafte Auswertung der Verfahren zur Sensibilisierung für Datenschutz und Verbreitung von Informationen. Es wird erwartet, dass OpenAI strategische Schritte unternimmt, um diese Beschwerden zu beheben und das Vertrauen und die Zufriedenheit der Benutzer wiederzugewinnen. Die Beschwerden sind ein Weckruf für alle KI-Unternehmen, dass Datenschutz ein kritischer Faktor im Entwicklungsprozess innovativer Technologien ist. Die Benutzer und die Öffentlichkeit werden immer wachsamer und fordern Giganten der Technologiebranche dazu auf, ethische Grundsätze nicht zu übersehen. OpenAI muss diese Situation ernst nehmen und Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung von Falschinformationen zu reduzieren und sicherzustellen, dass der Datenschutz in ihren Prozessen respektiert wird. Die Beschwerden gegen OpenAI zeigen, dass Unternehmen, die auf Innovation setzen, auch die Ethik beachten müssen, insbesondere wenn es um den Umgang mit Benutzerdaten geht. Es bleibt abzuwarten, wie OpenAI diesen Datenschutzskandal bewältigen wird. Von Journalistin Anita Farke, Dienstag, 30. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.